In diesem Tutorial werden wir uns anschauen, wie man eine Extremwertaufgabe bzw. Optimierungsaufgabe Schritt für Schritt lösen kann. Bevor wir zu unserer Beispielaufgabe gehen, sollen wir ganz kurz ein paar grundlegende Sachen klären. In erster Reihe natürlich, was ist denn überhaupt eine Extremwertaufgabe? Da müsst ihr euch nur erinnern, was mit Extremwerte oder Extrempunkte für eine Funktion gemeint war. Aber natürlich stecken dahinter die Hoch- und die Tiefpunkte bzw. Maximum und Minimum. Und genau darum geht es bei der Sache. Wir müssen für eine Zielfunktion die Hoch- oder die Tiefpunkte bestimmen, abhängig davon, was die Aufgabenstellung gerade so verlangt. Und das ist dann bei solcher Aufgaben auch die größte Schwierigkeit, diese Zielfunktion aufzustellen. Übrigens, man nennt diese Aufgaben auch Optimierungsaufgaben, weil es meistens darum geht, einen gewissen Sachverhalt aus der Aufgabenstellung zu optimieren. Das bedeutet, zu minimieren oder maximieren anhand der Aufgabenstellung. An dieser Stelle will ich auch noch kurz die Lösungsstrategie mit euch besprechen. Das bedeutet, normalerweise sind diese Aufgaben immer in vier einzelnen Schritten lösbar und die wollen wir jetzt nochmal kurz durchgehen. Schritt 1, das Aufstellen der Zielfunktionen. Das ist meistens auch der schwierigste Schritt. Schritt 2, Berechnung der lokalen Extremwerte. Damit meine ich natürlich Hoch- oder Tiefpunkte, abhängig davon, was gerade die Aufgabenstellung verlangt. Schritt Nummer 3, Berechnung der Randwerte. Wir werden dann anhand der Beispielaufgabe sehen, was damit gemeint ist und wieso das überhaupt notwendig ist. Und letzter Schritt, Vergleich der Randwerte mit den Extremwerten. Es geht immer darum, den größten Maximum oder den geringsten Minimum zu finden und deshalb muss man am Ende noch einen Vergleich machen. Das wird sich alles klären anhand der Beispielaufgabe. Ich werde in diesem Tutorial nur diese eine Beispielaufgabe als Musteraufgabe sozusagen vorrechnen. Wenn ihr weitere Beispielaufgaben dazu sucht, findet ihr sie am Ende im Abspann. Und jetzt unsere Beispielaufgabe. Gegeben ist eine Funktion f. Die Punkte P mit den Koordinaten U und F von U und Q mit U und 0 bilden zusammen mit dem Ursprung O ein Dreieck. Skizziere für U gleich 3 das Dreieck in ein Koordinatsystem und bestimme den Flächenhalt dieses Dreiecks. Okay, und an dieser Stelle könnt ihr natürlich auch auf Pause drücken und in Ruhe das Ganze durchlesen. Jetzt, ihr merkt schon anhand der Aufgabenstellung. Ohne eine Skizze brauchen wir hier gar nichts anzufangen. Deshalb in erster Reihe die Skizze. Die Skizze kann entweder gegeben sein in der Aufgabenstellung oder, nicht vergessen, auch wenn ihr keinen grafischen Taschenrechner habt, man kann immer eine Wertetabelle mit dem Taschenrechner erzeugen und eine Skizze machen. Also, das ist ein Hinweis, den man sich immer zu Herzen nehmen sollte. Und jetzt versuchen wir uns das Ganze anhand dieses Koordinatsystems vorzustellen. Also, wir haben für U unser Wert 3. Das bedeutet, der Punkt P hat dann die Koordinaten 3 und f von 3. Naja, Spätzen, an dieser Stelle merkt man, die y-Koordinate von diesem Punkt bräuchten wir noch. Und unser Punkt Q hat die Koordinaten dann 3'0. Hier ist alles bekannt. Also, was wir noch brauchen, ist f von 3. Und zwar, das ist 21 Achtel, wenn man das einsetzt und zusammenfassen tut, beziehungsweise ungefähr 2,6, damit wir uns was vorstellen können. Also, unser Punkt P hat dann die Koordinaten 3 und 2,6. Die zwei Punkte zusammen mit dem Koordinatenursprung tragen wir in unser Koordinatsystem ein. Also, O, unser Koordinatenursprung, ist natürlich hier. Dann bei 3'0 haben wir Punkt Q. Das ist das hier. Q mit den Koordinaten 3'0. Und bei 3 und 2,6 kommt auch hin mit unserer Skizze. Ungefähr ist dieser Punkt P. Wenn wir jetzt alle diese Punkte miteinander verbinden, dann entsteht natürlich ein Dreieck. Und zwar nicht irgendein Dreieck, sondern ein rechtwinklicher Dreieck. Und der sieht wie folgt aus. Und jetzt sollen wir den Flächenhalt für dieses rechtwinkliche Dreieck ausrechnen. Dann müssen wir uns nur an die Formel für die Flächenberechnung von Dreieck erinnern oder die Merkhilfe ausschlagen. Die Formel lautet allgemein 1,5 mal Grundseite mal Höhe. Und weil das ein rechtwinklicher Dreieck ist, ist das für uns ganz einfach zu entscheiden, was Grundseite und was Höhe ist. Hier ist Grundseite und hier ist Höhe. Oder umgekehrt, das spielt keine Rolle. Die Katheten in diesem Dreieck sind die Grundseite und die Höhe. Das bedeutet, wir setzen ein und rechnen einfach mal aus. Wir haben dann 1,5 mal, die Grundseite ist natürlich 3, also klein g ist 3 hier, und mal 2,6. Und das ergibt ungefähr 3,9 Flächeneinheiten. Also das ist die von uns gesuchte Fläche. Wenn ihr euch an dieser Stelle fragt, ja und was hat das alles zu tun mit der Extremwertaufgabe? Naja, nur indirekt war es. Diese Teilaufgabe hat uns gezeigt, wie man den Flächenhalt dieses Dreiecks bestimmt. Weil die Teilaufgabe b will natürlich dieser Flächenhalt in Abhängigkeit von u. Also bestimme für u zwischen 0 und 4 den Flächenhalt a in Abhängigkeit von u. Das wird ja für uns eigentlich übersetzt. Unsere Zielfunktion wird a von u heißen. Und die letzte Frage ist, welches Dreieck hat den größten Flächenhalt? Diese Formulierung, größten, bedeutet natürlich übersetzt maximaler Flächenhalt. Das ist für uns der Hinweis, dass wir hier an dieser Stelle für diese Zielfunktion einen Hochpunkt bestimmen werden. Trotzdem versuchen wir uns das Ganze zuerst anhand von diesem Schaubild vorzustellen. Wir tragen wieder die Punkte, die wir vorher hatten, ein. Koordinatenursprung bleibt dort, wo es ist. Dann haben wir einen allgemeinen Punkt auf der Kurve, u und f und u. Den können wir eintragen dort, wo wir Lust und Laune haben. Ich entscheide mich jetzt für diese Stelle. Also, das ist Punkt p mit den Koordinaten u und f und u. Und Punkt q hat die gleiche x-Koordinate wie p. Das bedeutet, natürlich wird es genau unter p sein. Also, das ist unser Punkt q mit den Koordinaten u und 0. Das bedeutet für uns, das Dreieck wird dann genau so aussehen. Und wir haben erneut ein rechtwinkliges Dreieck. Nach unserem Lösungsschema ist der erste Schritt das Aufstellen der Zielfunktion. Und wir erinnern uns, die Formel dafür lautete 1,5 mal Grundseite mal Höhe. Natürlich reicht diese Zielfunktion hier nicht aus, weil sie zwei Unbekannten hat, g und h. Und wir müssen jetzt alles in Abhängigkeit von diesen u ausdrücken. Und deshalb schauen wir jetzt anhand von unserem Dreieck, was die Grundseite und die Höhe in Abhängigkeit von u sind. Wir wissen ja, dass dieser Punkt q die x-Koordinate u hat. Das bedeutet, die Grundseite hier ist natürlich auch u Einheiten lang. Gut, das hätten wir dann schon. Und hinten die Höhe des Dreiecks, das ist diese Kathete, entspricht genau der Länge der y-Koordinate von diesem Punkt p, also entsprechend f von u. Und jetzt können wir diese Sachen hier einsetzen und sagen 1,5 mal u mal f von u. Allerdings ist das auch nur teilweise zufriedenstellend, weil f von u ist kein richtiger Term. Allerdings ist es das gleiche wie f von x, nur mit u statt x. Also, genau das machen wir auch. Wir setzen praktisch dieses f von u mit einer Klammer mit minus 1 Achtel u hoch 3 plus 2u. Gut, wir wissen, was uns erwartet. Wir müssen für diese Funktion das Maximum bestimmen. Das bedeutet, es wäre geschickt an dieser Stelle, wenn wir sie nochmal ein bisschen vereinfachen. Was man hier auf jeden Fall machen könnte, ist diese Klammer aufzulösen. Die sein halb u kann man einmal mit diesem Term und dann mit diesem Term multiplizieren. Entsprechend haben wir dann minus 1 Sechzehntel u hoch 4u mal u hoch 3 sind u hoch 4. Und dann 1,5 mal 2 hinten sind dann 1. Also 1u Quadrat oder nur u Quadrat hier hinten. Damit wäre die Zielfunktion schon fertig. Und wie gesagt, wir möchten für diese Zielfunktion natürlich Maximum bestimmen. Das bedeutet, zweimal ableiten wäre angebracht an dieser Stelle. a Strich von u, wir leiten unsere Zielfunktion nach u ab. 4 geht nach vorne, kürzlich mit der 16. Dann haben wir nur noch minus 1 Viertel u hoch 3. Und dann u Quadrat abgeleitet sind natürlich 2u. Für den Nachweis des Maximums brauchen wir natürlich noch die zweite Ableitung. Deshalb bilde ich sie auch noch kurz an dieser Stelle. Und das wäre dann entsprechend minus 3 Viertel u hoch 2 plus 2. Gut, als nächstes wollen wir natürlich diesen Extrempunkt bestimmen. Dafür setzt man normalerweise die erste Ableitung gleich 0. Das mache ich jetzt auch hier. Also minus 1 Viertel u hoch 3 plus 2u sind gleich 0. Und natürlich müssen wir jetzt die Gleichung lösen. Das tun wir durch Ausklammern und Satz vom Nullprodukt. Beide Terme haben ein u gemeinsam. Also klammern wir ein u raus. Und dann haben wir minus 1 Viertel u Quadrat plus 2 sind gleich 0. Nach diesem Satz vom Nullprodukt ist die erste Lösung automatisch u 1 gleich 0. Gut, anhand unserer Schaubildes hilft uns das nicht wirklich weiter, diese Lösung. Wir brauchen weitere Lösungen. Deshalb setzen wir auch den Inhalt dieser Klammer 0. Minus 1 Viertel u Quadrat plus 2 sind gleich 0. Und natürlich bringen wir jetzt die 2 rüber mit minus 2 an dieser Stelle. Dann haben wir entsprechend minus 1 Viertel u Quadrat sind gleich minus 2. Dann geteilt durch minus 1 Viertel oder mal minus 4 hat ja das gleiche Effekt. Sind u Quadrat gleich 8. Entsprechend ziehen wir dann die Wurzel und haben zwei Lösungen. Eine positive und eine negative. Die positive Lösung lautet dann 2 Wurzel 2. Selbstverständlich kann man auch die Dezimalzahl hier an dieser Stelle ausrechnen. Man muss nicht nur teilweise Wurzel ziehen oder so. Gut, letztendlich haben wir drei Lösungen. U1, U2 und U3. Und wir schauen jetzt welche überhaupt für uns oder für unser Extremwertproblem Sinn macht. U gleich 0 am Schaubild bestimmt nicht. Eine negative Lösung genauso wenig. Das bedeutet nur noch das hier bleibt übrig. U2 kommt für uns in Frage. Und selbstverständlich müssen wir jetzt wirklich überprüfen, dass das Maximum ist. Aus diesem Grund setze ich diesen Wert jetzt in die zweite Ableitung. Also A' von 2 Wurzel 2. Wenn ich das einsetze und zusammenfassen tue. Wie gesagt, ihr könnt das Ganze selbstverständlich auch mit dem Taschenrechner ausrechnen. Ihr müsst euch nicht diesen A' geben. Dann hätten wir hier 8. Okay, also minus 4. Kommen wir raus. Ja, und tatsächlich, das kommt was Negatives. Weil die zweite Ableitung kleiner 0 ist, handelt es sich bei uns um ein Maximum. Jetzt haben wir den Beweis. Unser nächster Schritt ist natürlich die Berechnung der Randwerte. Die Randwerte sind meistens schon gegebene Aufgabenstellungen. Und zwar hier oben. Das sind diese 0 und diese 4. Das sind diese Randwerte. Aber man kann sie natürlich auch am Schaubild erkennen. Also das Dreieck, dieser Punkt P kann ja nicht links hinter 0 stehen oder rechts hinter der 0 Stelle hier. Dann haben wir nicht mehr ein Dreieck in dem Bereich, wo wir möchten. Und wir nehmen diese Randwerte und setzen sie in unsere Zielfunktion ein. Also in A von 0 eingesetzt. Bedeutet einmal, wir berechnen A von 0. Das wäre dann natürlich eingesetzt einfach nur 0. Wenn ich hier in unserer Zielfunktion, hier ist die Zielfunktion, für U0 einsetze, kommt natürlich überall 0 raus. Und zufälligerweise wird es das Gleiche auch mit der 4 passieren. Wenn man 4 einsetzt, dann hat man 256 durch 16, sind minus 16. Plus 4 hoch 2, also plus 16, kommt ebenfalls 0 raus. Und das Einzige, was uns jetzt noch fehlt, ist der Vergleich der Randwerte mit unserer maximalen Fläche. Das bedeutet, um die maximale Fläche rauszubekommen, werde ich jetzt praktisch diesen 2 Wurzel 2, diesen Wert fürs Maximum, in unserer Zielfunktion einsetzen. Also ich rechne dann A von 2 Wurzel 2 aus. Und wenn wir das da oben einsetzen, also in A von U, habe ich schon eingesetzt, da kommt genau 4 raus. Und dieser Wert ist dann größer als die Randwerte. Um zu verstehen, was genau hier passiert, habe ich hier rechts nochmal die Zielfunktion abgebildet. Also ich habe jetzt A von U gezeichnet. Und versuchen wir einfach am Schaubild rauszufinden, was wir eigentlich alles hier in den letzten zwei Schritten ausgerechnet haben. Wir haben einmal A von 0 ausgerechnet. Na ja, A von 0 ist 0. Man sieht es auch hier ganz gut am Schaubild. Dann haben wir A von 4 ist gleich 0 ausgerechnet. Das kann man auch sehr gut erkennen. Hier an dieser Stelle ist 4. Und dann haben wir noch rausbekommen, dass für A gleich 2 Wurzel 2. Das ist dann entsprechend ungefähr hier. Wenn wir ein Maximum bei 4 haben, schauen wir mal, wenn hier 2 Wurzel 2 ist, wie gesagt, natürlich könnt ihr das auch als Dezimalzahl ausrechnen. Dann ihr seht schon, dass wir hier ein Maximum haben. Und an der Y-Achse ist es tatsächlich der Wert 4 zu erkennen. Also, durch diese Überprüfung stellt ihr nur fest, dass euer Maximum, was ihr ausgerechnet habt, auch das globale Maximum ist und dass die Randwerte nicht höher liegen in diesem Fall. Also, es ist nur eine Überprüfung, die in 99% der Fälle natürlich sinnlos ist, allerdings pflicht oder verlangt ist. Deshalb müsst ihr euch daran halten und das immer am Ende überprüfen. Zum Schluss noch ein paar Hinweise. Dieser Tutorial beinhaltet nur die Grundlagen anhand dieser Beispielaufgabe, die ihr gerade angeschaut habt. Natürlich gibt es verschiedene Arten von Extremwert- bzw. Optimierungsaufgaben. Und es gibt eine große Vielfalt. Deshalb solltet ihr euch auf jeden Fall nochmal andere Aufgaben dazu anschauen. Es gibt auch noch Extremwertaufgaben mit Nebenbedienungen, also wo die Nebenbedienungen ein bisschen besser erkennbar sind als hier. Und ihr habt schon gemerkt, als Grundlage für die Berechnung solcher Aufgaben braucht man natürlich die Hoch-, die Tiefpunkte- und die Ableitungsregel. Wenn bedarf, Tutorials zu allen dieser Themen findet ihr gleich im Abspann.